Wenn mich noch einmal einer von diesen geskripteten Sales-Pfeifen anruft, dann raste ich hier aber mal komplett aus. Ganz ehrlich, ich bin selber im Vertrieb tätig und ich muss regelmäßig telefonieren. Und ich liebe es auch zu telefonieren und zu kommunizieren, aber ganz ehrlich, wenn ich so eine geskriptete Scheiße schon höre bei der Vorstellung, um was es eigentlich geht und wer eigentlich am Telefon ist, hey, da kommt es mir aber schon wirklich die Speiseröhre hoch. Also Leute, wenn ihr da draußen im Sales unterwegs seid und ihr wollt wirklich was erreichen, dann begeistert eure Kunden und hört auf, so eine geskriptete Scheiße zu machen. Sucht einen Ansatzpunkt, mit dem ihr eventuell die Tür öffnen könnt und am Ende des Tages hilft es euch einfach dabei, auch mal scheiß ehrlich zu sein. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn mich einer anruft und sagt, Mensch Gleisner, ich habe dich auf Social Media gesehen, du machst ein paar richtig geile Beiträge, ich habe da ein Produkt für dich, das könnte dir echt weiterhelfen. Ich will es dir einmal in zwei Minuten vorstellen. Wenn es dann im Thema für dich sein kann, dann lass uns gerne sprechen. Und wenn du sagst, hey, leg auf und lass mich in Ruhe, dann ist es auch okay für mich. Was hältst du von der Idee? Und dann bist du schwuppsdiwupps in der Tür drin und der hört dir zu. Einfach nur, weil du ehrlich warst, weil du authentisch warst und weil du nicht so eine geskriptete Scheiße machst.